Ich komme gerade aus China. Ich brauche Ihre Hilfe. Wisst ihr überhaupt, wo China liegt? Ja, ja, ja. Klar, aber ich weiß, wo es ist. Schon bald werde ich der Kaiser von China sein. Und dann wird sich Cleo mir wieder an den Hals werfen. Man wird meinen Namen auf ewig in den Marmor der Geschichte meißeln. Oh, ich liebe es, wenn du das sagst. Das ist so schön. Du sagst das immer so schön. Super schön. Ich stelle mir die Frage, warum kommen immer alle, die Hilfe brauchen, zu uns? Nein und nein. Ich bin einverstanden. Im Moment ist nichts los. Hör auf, die Prinzessin und ich. Wir werden heiraten. Ich sag dir was, Obelix. Du bist mein Krautzeuge. Das darf doch nicht wahr sein. Er redet mit ihr. Er verrät uns. Was macht ihr da? Nichts, nichts. Ich möchte euch zeigen, wie man in China kämpft. Ich bin auch verliebt, weißt du. Ich finde, bei dem Abenteuer heißt es ganz schön viel Herzklopfen. Hallo, Obelix. Hallo, Fallballer. Liebst du mich oder nicht? Du liebst sie, du liebst sie. Ich liebe ihn. Hast du gehört? Was heißt, du liebst ihn? Was heißt, du liebst ihn? Wo sind sie nur? Wo sind sie nur die, äh, Gedanken? Weißt du was, Obelix? Wir essen zu viel Fleisch. Was würdest du denn sonst essen? Gemüse. Gemüse. Gemüse? Hast du gehört, ihr Fuchs? Gemüse. Attraktion! Danke. Gern. Und ich verlasse jetzt das Fett. Umschwert. Was ist denn das? Na, du hast dich beim letzten Mal verletzt. Da haben wir gedacht, dass du... Ja, gut, gut, gut. Versuche, deine Münze in deinen Besitz zu kriegen, Skarabeos. Bitte, das ist ganz leicht, weil sie blind sind. Geh nie davon aus, dass ein Mensch, der blind ist, deshalb nicht sehen kann. Und, hast du das kommen sehen? Da ist sie. Das ist ein Mensch, der blind ist, dass ein Mensch, der blind ist. Ja, gut, dass sie ein Mensch, der blind ist. Und dann ist das los mit naussion. Na, j Vielen Dank.